Hallo zusammen, willkommen zurück auf unserem Kanal Smart Stores. Heute sind wir beim Theo von der Firma Tegut in Lobbach und den schauen wir uns heute mal an. Also kommt gerne und rein. Es handelt sich bei Theo um einen Walk-in-Store mit Scan- und Go-Technologie. Der Kunde meldet sich entweder mit der App oder per Kreditkarte am Eingangsterminal an und erhält somit Zutritt zum Store. Dort können die Produkte mit der App gescannt werden und direkt bezahlt oder komplett am Ende des Einkaufs am Terminal gescannt und bezahlt werden. Der 24-7-Store Theo ist ein Konzept der Supermarktkette Tegut aus Fulda und wurde dort erstmals im November 2020 eröffnet. Das Sortiment bei Theo umfasst in den standardisierten Filialen rund 950 Artikel auf 50 Quadratmetern. Das gesamte Gebäude wird übrigens in einem Stück angeliefert mit LKW und kann somit sehr flexibel und schnell am Bestimmungsort platziert werden. Im Sortiment gibt es eine Auswahl an Produkten im Trockensortiment, Obst und Gemüse, Kühlwaren, also Mopro, Getränke, ein kleines Drogerie- sowie Tiefkühlsortiment. Außerdem werden Tabakwaren angeboten. Im gesamten Store finden sich in und hinter den Regalen Lagermöglichkeiten für Nachfüllware. Der Kühlbereich, der ungefähr die Hälfte der Filiale ausmacht, ist ein Walk-In-Kühler, also ohne Truhen. Dadurch spart man sich viel Platz und hat größere Auslageflächen. Jeder Theo beschäftigt auch einen Store-Manager, der sich unter anderem um die Bestellung und die Sauberkeit in der Filiale kümmert. Preislich gesehen Digny-Produkte etwas über Supermarktniveau, sie sind aber dennoch deutlich günstiger als zum Beispiel an der Tankstelle. Der Store wird durch Kameras und weitere Saisoren an der Decke überwacht und mit Diebstahl vorgebeugt wird oder auch nachverfolgt werden kann. Der Testmarkt liegt im baden-württembergischen Lopach, genauer im Ortsteil Logenfeld. Er hat ca. 2400 Einwohner. Im Ortsteil selbst ist der Theo-Markt die einzige Bezugsquelle für Lebensmittel. Der nächste Supermarkt befindet sich zwei Kilometer entfernt. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten Anfang 2023 gibt es insgesamt 27 Märkte des Theo-Konzeptes, vor allem in Fulda und im Großraum Frankfurt. Aber es sind bereits viele weitere Theos auch in Baden-Württemberg geplant. Hier sehen wir noch den Checkout und als Besonderheit bei Theo gibt es im Außenbereich auch einen Bücherschrank sowie eine Fahrradreparaturstation mit Werkzeugen und Luftpumpe.